Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Plants vs. Zombies. Natürlich werde ich den nehmen. Den, den auf jeden Fall. Eigentlich ist es mal ganz gut. Eine Wand. Die brauche ich nicht. Dann nehme ich noch eine Potato Man. Die sind auch ganz nett. Und, let's rock! Ready, set, plant! Okay, gleich mal eine Sonnenblume gepflanzt. Und gleich mal die ersten weiteren 50 Punkte. Da setze ich doch noch eine Pflanze hin. Oh yeah. 25. Und die ersten Zombies kommen schon. Das heißt, ich werde... ... meine erste Schusswaffe... ... du hast nicht genug Sonne. ... Rains und sowas in der Art. Ja, ich bin gerade etwas mit schlechter Laune übersät, weil ich in Battlefield T-Ros eine scheiß Runde erwischt habe. Ich bin so ausgerastet, ey. Zum Glück habe ich das nicht aufgenommen, ey. Ehrlich. So eine Kack-Runde habe ich noch nie erlebt. Boah, ey. Nicht nochmal. Ich suche mir Runden, die wir gewinnen. Na, egal. Das hier ist was völlig anderes. Eine kleine Entspannung für mich. Boah, war das eine Runde, ey. Das konnte ich überhaupt nicht. Aber ich will diesen neuen. Das ist der Repeater. Jetzt kann ich ihn mir leisten. Ja, er schießt zwei. Er schießt zwei. Oh, geil. Er schießt zwei. Okay, geht auch genau da, wo... Oh, ne. Boah. Okay. Der liegt weiter vorne. Oh, komm. Kopf ab. Ein Sperrwerfer. Nein. 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 Das ist jetzt nicht wahr, oder? Nein, bitte nicht. Ey, das finde ich jetzt... Boah, alter. Nö. Nein, mein erster Rasenmäher. Ach, scheiße. Holen wir uns Punkte und holen uns diesen Doppelschuss in. Doppelschuss ist am besten. Den reißen wir ab, weil den brauchen wir noch. Den Platz. Für Punkte, 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 Punkte. Punkte sind genial. Die braucht man einfach. Nicht zu ersetzen, die Dinger. Das war ja mal ein Scheiß-Game eben. Ja, komm. Die drei Schüsse, die müssen noch mal reichen. Ja, gut. Geht doch. Okay. Some-Sunflower. Dür, dür, dür. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich brauche langsam diese Eisblumen. Ah, da hat sein Speer verloren. Hihihihi. Komm, vier. Oh yeah. Oh yeah. Ich. Oh yeah. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Noch so'n Scheiß? Gut. Direkt an der völlig falschen Stelle eingesetzt. Weshalb ich, ähm... Ähm... Na Moment. Der spricht ja rüber. Aber dafür verspricht er seinen Stab. Das ist schon etwas besser. Okay, was baue ich jetzt? Ähm... Sunflower. Nein! Komm, der fällt jetzt um. Ja, er ist angefallen. Oh, einmal Leute, die sind richtig schwer. Na egal. Okay, Eisblumen. Ich brauche Eisblumen. Brauche ich mal... Hm, hier hin. Warum auch nicht? Oh, Punkte. Eine Sunflower rauche ich noch. Sehr schön. Eigentlich bräuchte ich jetzt nichts mehr machen. Ich könnte noch ein paar von denen hier einsetzen. Ja, hier noch bestimmt noch einen. Ja, warum nicht? Weiter, weiter. Komm, komm. Oh, komm ab. Wieso braucht er so lange? Komm, die sind eklig. Hier noch einen. Und dum-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Wand, bitte. Eine Wand ist immer gut. Baue ich hier mal eine Verteidigungsregie auf. Mit Minen davor? Ja, mit Minen davor. Nein, er frisst es. Gott. Final Wave. Final Wave. Wusste ich's doch. Ich hab schon die ersten Flaggenträger. Nein. Du kommst hier nicht rein. Ähm, äh. No. Du kommst hier nicht rein. 400 Punkte, bitteschön. Dann kommst du eben. Ja. Jo. Komm, haut die nettlich platt. Bitte, was ist das? Go, 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 go. Hallo. We are about to launch an all-out attack on your house. Gezeichnet. Die Zombies. Ähm. Ja, okay. Ich schneide kurz hier. Vielleicht spiele ich weiter, vielleicht noch nicht. Ich weiß es nicht. Bis dann, euer Hellrider. Bis dann, euer Hellrider. Bis dann, euer Hellrider.